hallo ihr lieben ja ihr seht wo wir stehen bei dem homo konvoi und meine ella hat mir vorhin gerade eine botschaft übermittelt ich habe uns angemeldet wir sind die siebenhundertste anmeldung da außen wollen sie zusammenkriegen und jetzt kraft unserer wassersuppe möchten wir euch animieren mit daran teilzunehmen wir haben uns wirklich überzeugen lassen und ich denke mal diese frohe botschaft können wir den dieter goldschmidt jetzt gerade mal so übermitteln das denke der wird sich darüber riesig freuen dass wir auch unseren kanal damit nutzen den weltrekord vielleicht doch zu schaffen und das anliegen dieses c kennzeichens was ja der hintergrund dann auch noch ist noch mehr kraft zu verleihen mal sehen komm wir gehen mal zum dieter ja da steht er dieter hallo wir wollten dir die frohe botschaft überbringen das sind die siebenhundertste anmeldung ehrlich zu deinem oder zu unserem wohnmobil konvoi weltrekord versuch aber wir kriegen den weltrekord dieses jahr wir haben jetzt gerade auf der anderen seite gesprochen und haben gesagt wir wollen mal diesem anliegen dieses c kennzeichens und diesen event unsere kraft mit mit dazu beitragen dass wir vielleicht noch mehr dazu bekommen und und ja dass das der versuch gelingt als erstes und die kraft für das c kennzeichnen noch mal zu potenzieren ja also mich freut das natürlich ganz besonders dass ihr die nummer siebenhundert seit wobei heute die anmeldung noch nicht eingepflicht sind also wir sind ganz optimistisch dass wir alle schon drin naja nun gut aber völlig egal wir sind über siebenhundert und das ist natürlich für uns ihr augenstand natürlich auch der beweis das interesse ist da und ganz viele haben jetzt gesagt naja wenn jetzt so viel mitmachen dann kommen wir auch wir hoffen auf diesen effekt dass wir die tausend doch noch danke dass du mich überzeugt hast also ich haben ja das gespräch gehabt am ende habe ich dich überzeugt weil wir uns angemeldet haben was die frau getan ist wohl getan böse zungen sagen ja also wenn ich nicht in der branche gelandet wäre dann wäre ich sicherlich ich denke da ist ein bisschen was dran du weißt ja dass ich früher unterrichtet habe als lehrer katholische theologie fünf jahre weiß ich nicht aber in einer sonderschule im rodenwald da ist sicherlich noch ein bisschen was von dem talent zu predigen übrig geblieben na gut wir sehen uns in waldürn oder in der umgebung da ist ein gutes stichwort wie heißt es jetzt heißt es waldürn heißt es hartheim heißt es wolfertstetten oder heißt es külsheim es ist der gemeindeverwaltungsverband waldürn hartheim die spaltenstetten gehören zusammen hartheim wo wir jetzt momentan fahren ist sieben kilometer von waldürn weg also für alle die im letzten jahren waldürn dabei waren und dort beginnt ein riesengroßes militärareal und panzerübungsgelände das sich bis in die gemarkung der gemeinde külsheim erstreckt und mitten in diesem übungsareal liegt ein dorf das ist jetzt natürlich ein übungsdorf da trainiert gsg 9 und so und das heißt wolfertstetten schaut euch mal an kugelt das mal geht mal bei euch auf die karten schaut euch mal an weil mich habe ich schon ganz viele gefragt insofern danke für das stichwort wo waldürn hartheim oder külsheim ich will nur eines nicht dass dann die hälfte vom konvoi in waldürn auf uns wartet dann würde ich sagen mache ich ganz einfach eine verlinkung mit gps daten wo der ankommt wo der platz ist wo wir uns treffen genau so das ist optimal das wäre glaube ich das beste und ich denke jeder camper der sich mit dem navi ein bisschen auskennt kann koordinaten eingeben alles klar so machen wir es alles klar also Dieter bis auf das armeegelände hallo ihr lieben die sonne blendet ein bisschen und die düsseldorfer gedenkminute ist auch am himmel ein kleines messefazit nach der hälfte wahnsinn wahnsinn wir haben so viele neue kontakte geknüpft und so vieles vorbereitet ich weiß gar nicht wann ich das alles senden soll es gibt für jeden das traum mobil für jeden wir sind wir fangen jetzt wirklich mit denen mit denen mit den 360 grad aufnahmen für die wohnmobile an haben die ersten drei vier stück übrigens auch für uns es könnte was neues wachsen es könnte was neues wachsen das werden wir sehen ja haben jetzt zwei wahnsinns wohnmobile gefilmt freut euch auf diese also das ist schon mal der hammer gewesen dass man auch ihr wisst wir waren bei auchhörnchen ja die sind schon super die wohnmobile und jetzt war mal lasst euch überraschen bei den variomobilen variomobilen das ist auch der blanke wahnsinn deswegen sage ich es gibt für jeden das traum mobil sorry dafür dass wir am zweiten tag das video nicht hochladen konnten weil da ist ein bisschen was schief gegangen unsere biene war 48 stunden verschwunden gewesen es gab so viele pannen die wir diesmal hatten mikrofone ging nicht da versteht er wenigsten was ja die messe war ist wieder so nach dem ersten gefühl wollten wir würden wir sagen dass weniger besucher da sind an den messeständen ist natürlich viel viel mehr los das sagen uns alle die dort die wir mit denen sprechen wir haben auch ein paar geschäfte eingeleiert für andere die jetzt hier noch nicht auf der messe sind und trotzdem unter umständen messemodelle kaufen werden auch mal eine ganz neue erfahrung und ich muss euch sagen ich freue mich dass wir diesen gedanken hatten und dass ihr uns so viel mit stoff gefüttert hat was wir filmen sollen und wir werden noch einiges tun also wir haben noch ganz viel vor die nächsten vier tage werden arbeitsreich positive arbeit ja ja aber schön wirklich schön das heißt wir werden sonntag die messe verlassen also wir werden sonntag nicht mehr auf die messe gehen weil wir werden packen und dann heimat fahren früh bei zeiten heim fahren wir haben ja wieder eine fünf stunden fahrt vor uns und manuela muss früh um 3.15 Uhr aufstehen und auf frühschicht leider gottes ist das der preis den wir jetzt mal zahlen müssen aber es geht nicht anders in diesem sinne werden wir noch für euch weiter unterwegs sein manu hat angefangen mit ihren nützlichen dingen für nützliche und unnützliche dinge für das wohnmobil wo jeder selbst entscheiden kann brauche ich das oder brauche ich es nicht ja und manchmal verschwindet es ja auch in die tiefen der schränke des wohnmobils und ich werde wieder noch mehr an den zugehör noch bisschen gucken was was vielleicht erwähnenswert wäre wo wir in mehr wert für unser wohnmobil fahren haben ja also in diesem sinne wir freuen uns auf weitere messetage unter viele kommentare von euch füttert uns mit stoff wir versuchen alles zu erledigen und was nicht erledigt wird wird auf stuttgart erledigt kommt ja wieder eine messe also tschüss tschüss so wir sind wieder mal auf messe rundgang und haben wir park for night gefunden und jetzt sind wir nach dem sind wir auf alle schon gefahren nach der app genau und jetzt haben wir noch gesehen dass patascha ja auch sind und das ist wir kennen die zwei aus stuttgart und sind wir froh dass wir sie wieder sehen und wie kommt ihr zu park for night was hat das jetzt zu bedeuten ja also wir nutzen die app eigentlich schon seitdem wir jetzt mit dem van unterwegs sind also schon über zweieinhalb Jahre und wir sind mittlerweile so ein bisschen die Botschafter hier von park for night für den deutschsprachigen Raum weil wir halt deutsch reden und die jungs aus frankreich kommen und die halt kein deutsch reden einer muss ja die sprachbarriere machen gut also habt ihr sicherlich viel zu tun hier ist einiges los ja also ist doch schön aber das ist glaube ich immer noch im Karawand so los ja das ist klar ja wir haben es ja, Manuela hat es schon gesagt, in Mallorca genutzt über 70 Plätze die da für Mallorca schon eingetragen sind wir werden auch noch welche eintragen wenn wir dann mal wieder irgendwann fünf Minuten Luft haben das ist ja gut ich habe mich schon angemeldet das heißt man kann die App kostenlos als auch in der kostenlosen Version findet man jeden Stellplatz in der App also es sind keine versteckten Dinger da drin keine blockierten Plätze ich sage in der kostenlosen Version gibt es immer was mehr da gibt es auch Werbung ja irgendwo muss ich das ja auch platzieren aber solange man halt eine Internetverbindung hat kann man das völlig kostenlos nutzen genau es gibt auch die Pro Version dann kann man das ganze auch offline nutzen also dann kann man das ganze ohne Internet bedienen wenn wir mal auf der Spitze des Berges tragen und kein Internet mehr haben und wer anderen auch eine Hilfe bieten will und neue Stellplätze hinzufügen möchte der muss sich registrieren so war das dann der muss nur einen Nutzer machen aber das ist auch kostenlos und kann bewerten man kann Kommentare schreiben es ist wirklich so eine Community mittlerweile ist es eine Community von über eine Million Leute die Plätze untereinander tauschen wie lange gibt es Park4night schon? seit sieben Jahren seit sieben Jahren wie viele Plätze haben? 70.000 jedes Jahr 10.000 gut ähnlich also europa aber das fängt auch schon an dass das sich ausdehnt wahnsinn naja ist doch schön wir freuen uns dass wir uns wieder getroffen haben und dann sieht sich eventuell schreibt man sich und dann ist das eigentlich eine ganz tolle Geschichte zwischen uns denke ich mal also bis bald tschüss man will mal Mittag essen und schon ist der Tisch schon ist der Tisch voll wir haben sehr nette Gespräche und die kennen uns alle aber wir sie nicht aber jetzt jetzt haben wir uns kennengelernt also wir bedanken uns aber wir durften ja alle mal von der Wurst abbeißen und wir bedanken uns und sprecht uns an ihr kennt uns aber wir kennen euch nicht weil woher auch ne? macht doch nichts ihr seid wir sind zwar in jeder Wohnstube jetzt haben wir 4.000 Wohnstuben weil wir haben bald gleich die 4.000 voll aber gut hinten ist ein neues Wohnmobil hier entstanden hier haben wir wieder mal Tipps und Tricks die wir gerne weitergeben und er kommt vielleicht zum Treffen wir schauen genau also so ist Düsseldorf kommt hierher und man trifft sich bis bald tschüss tschüss